Hallo liebe Besucher von Mittelhessen.de. Wir befinden uns heute hier im Tierheim Wetzlar und das ist die Cora. Cora ist ein etwa neun Jahre alter Schäferhund Mischling. Sie ist diese Woche zu uns gekommen. Cora wurde bei uns einfach in die Fundbox gesetzt und wir haben keinerlei Infos über ihre Herkunft. Sie wurde scheinbar sehr schlecht gehalten. Es scheint, als ob sie ihr Leben im Zwinger verbracht hat. Sie hat einen riesengroßen Tumor an ihrem Bauch und ihre Zähne sind sehr abgenutzt. Cora steht momentan noch nicht zur Vermittlung. Sie muss von uns erst einmal wieder aufgepäppelt werden. Wir haben eine Anzeige bei der Polizei geschaltet, um zu erfahren, wo Cora herkommt. Wenn Sie Informationen haben, wo Cora herstammt oder über ihre Vergangenheit, werden wir über jegliche Informationen sehr dankbar. Wenn Sie Cora besuchen möchten oder einfach bei uns einmal vorbeischauen wollen, würden wir uns freuen, wenn Sie einfach zu unseren Öffnungszeiten mal vorbeischauen. Wir haben immer mittwochs von 14.30 bis 17 Uhr geöffnet und das ganze Wochenende, also Freitag, Samstag und Sonntag von 14.30 bis 17 Uhr. Vielen Dank. Vielen Dank.